2 2 2 2 2 1 2 2 Wenn die Infanterie mit dem ersten Fahrzeugschritt halten würde kommen Ja, das ist wohl richtig Hast du irgendwelche Gegner gesehen? Ja, einen Hügel, aber den haben wir glaube ich weggekleidet Vielleicht sind da ja noch mehr gewesen Kann sein, ja Ich denke mal nach hinten Jo, ich mach hier linke Seite Also wie gesagt, Viper und Ira, wir wechseln uns im Laufe des Tages ab mit Fahrzeug und draußen Weil es... Kann man das nachts abnehmen? Ihr habt euch ja nicht für Fahrzeugbesatzung gemeldet Nachts wird langsam unangenehm Ja, das könnt ihr schon längst abnehmen, Batches Ja, ich hab gedacht Okay Konvoi mit abgesessenen Teilen, weiter Marsch Weiter geht's Hinter uns ist alles gut, wa? Jo Sieht gut aus, ja Wir gehen rechts rüber Das ist der Sound ist gar hell Nicht im Klatsch Tja, okay Tja, okay Tja, okay Mir war als hätte ich da gerade was gesehen, aber da war wohl ne Einbildung Wollen wir mal dranbleiben Danke Der Schutz von links Am Berg Hier haben wir zwei und wir haben gerade unseren Gruppenführer verloren Ja, ich übernehme das Kommando So Wir halten hier erstmal an Und durchsuchen gleich mal das Gelände hier bis Bunker wieder da ist erstmal nach links absichern Im Haus 0,70 2,70 0,70 0,70 Im Haus Im Haus vor uns Kann man was verpassen Frisch Das Haus? Nee, gleich vor uns Genau vor Guck mal am Schuss, aber warte Das Haus Genau das Haus Aha Übernehme Aber ich hab Schüsse raus Ich seh hier nix, ich kann das nicht einschätzen Direkt vor uns, das ist noch rechtes Klausel Ja dann gib mal ordentlich Speerfeuer rein Wie Feuern? Gib mal ordentlich Feuer rein da Das ist jetzt nötig, ja Prima von Bravo, komm Ok, das reicht Was ist mit Bunker? Lima hart Warten Sie Lima Aber noch unter Feuer Hey Lima, verstehen Sie schlecht, wie verstehen Sie mich? Wir haben hier Verluste, warten Sie Leute Ira, aussteigen Ira, hier Flick mal den Bounty da auf der Straße zusammen Ok Ok Scheiße, scheiße, scheiße Sensen, hast du inzwischen rausgefunden, was da los ist? Wo der Feind ist? Nee, gar nix Wir müssen da mal ran Wir werden hier rum sitzen Wir müssen erstmal unsere Verletzten von der Straße bringen und dann äh War das hinter uns? Ok, neue Linie aufbauen, Richtung Westen haben wir Feinkontakt Ja Ok, Leute Soweit wie möglich Soweit wie möglich Absitzen Wir verpissen uns von hier Svensson, wie geht's dir? Mir geht's gut Viper Viper, wie geht's dir? Sehr gut Mir geht's gut, ja Was ist mit Ira? Scheiße Ok, hör zu Svensson Svensson Svensson, steig in den Steig in den Hampi ein Und fahren neben Ira und Bounty, die da auf der Straße liegen Sichert die durch das Fahrzeug ab Geh sicher nach hinten weiter Weg hier, weg hier, weg hier Los! Wieso? Ohhhh Ohhhh Los, ins Fahrzeugs, Svensson Weg mit dem Fahrzeug Fahrzeug Lade die Verletzten in die verbleibenden Humbis Wir lassen den zerstörten Humbi zurück und wir ziehen uns Richtung Süd-Ost-Ost zurück Ja, verstanden AFF Verletzte einladen das Fahrzeug Das ist einladende Fahrzeuge, der Hohne ab sitzt. Ich hab hier Kontakt. Kontaktrichtung dreist uns ca. 100 Meter. Ja, wir können. Svenzen, lass ihn eingeladen. Da, Moment. Ich hab hier gleich noch ein bisschen zurück. Dann fangen wir weg. Das Bounty ist drin, wir können. Wo ist Ira? Lebst du Ira? Wo ist Ira? Der ist Ira. Okay, gut. Das dritte Team ist einsatzbereit, wir können. Oh, oh, oh. Svenzen, Mann. Denk an, wir müssen jetzt sparsam mit dem Modig umgehen, wir holen ab. Ich glaube, ich hab noch zu drei Magazine insgesamt. Auf jeden Fall von 2, 7, 0. Aus dem Haus kommt Beschuss. Ja. E-Morren. E-Morren. Fünf, Mann. Fünf. Auf. Wir brauchen mal Mediwag hier. Fordert sich mal an. 12 Uhr, Schätze. Schätze, sind die anderen hinter uns dran, oder fahren wir alleine? Ja, sie sind hinten dran. Vielleicht können wir den Nest hier links bei den Felsen irgendwo decken, damit wir noch unser Fahrzeug sehen können. Mediwag. Schätze, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Das heißt, demnächst hier links irgendwo hinter dem Felsen die Stellung gehen beim Anbieten. Ah, verstanden. Es reicht. Schätze, können wir hier links rein? Links? Ja, auf jeden Fall. Oh, Kontakt, 12 Uhr, 12 Uhr. Aussteigen, alle mal aussteigen. Aussteigen, 12 Uhr, Kontakt, 50 Meter. Ja. Oh, Mann. Achtung, Handgranate kommt. Wo ist das LMG? Ich kann halt LMG. Bounties verhundert. Hebel selbst. Ja, wir sind direkt in eine Feindgruppe reingefahren. Wir Glücklichen. Ja, wir haben sich in einem Fisch vorsteckt. Habe ich nicht gesehen. Hat jemand schnell ein Verbandspäckchen für mich? Achtung. Bunkerfaust ist hier down. Okay, wer vom dritten Team, Fireteam lebt, wir sichern alle von West-Nordwest bis Nord. Wir brauchen jetzt Mediwag. Wir müssen erstmal wieder alle fit machen. Sicherung in Richtung Nord-Ost steht. Unterdrückt zumindest, ja. Okay, passt. Okay, wir müssen uns noch ein bisschen aufteilen, dass wir hier nicht so ein Atomziel bilden. Die äußersten Infanteristen noch ein bisschen, äh, die Deckungen ausnutzen, die Geländekanten. Ein bisschen aufteilen noch. Ich fordere Mediwag an. Dann haben wir hier, glaube ich, noch im Fahrzeug noch Verletzten. Oder um der Bountie liegt rechts vom Handy. Ja, ich kümmere mich drum. Check. Ira, wie geht's dir? Ira, wie geht's dir? Einer von meinen Mälern meldet sich nicht. Hat jemand den Ira Wurf gesehen? Ja, wir hatten gerade fein Kontakt. Im Moment einen haben wir aufgegeben, mehrere Verletzte, die Mediwag benötigen. Auf Koordinate 0, 8, 3, 1, 7, 4. Braucht ihr was? Ich hab was dabei. 1, 7, 4. Ich find das toll, wie Bonka da auf dem Boden liegt und mit dem Himmel redet. Ich war wieder da. Äh, ich wiederhole wieder auf Letzte. Auf Koordinate 0, 8, 3, 1, 7, 4. Kommen. Bounty, machst du Nordwest? Ich kann nicht laufen. Wie bitte, Odeum? Wir haben Nordwest noch ne Lücke, jetzt sicherst du bald danach. Ja, bestimmt. Hm. Wenn ich niederschlagen ist, kann ich lieber im Gegen helfen. Ich suche einen von meinen Leuten, den Ira Wurf. Hat den niemand gesehen? Ah, Kuga, ich wiederhole mehrere Verletzte auf Koordinate 0, 8, 3, 1. Wenn wir hier kommen. Wo bist du, Ira Wurf? Hier, Kuga, so richtig. Ich war gerade mal kurz schon weggedrehen. Ähm, das Gebiet ist soweit, äh, sicher. Landezone wird, äh, wenn's soweit ist, mit drauf markiert. Kommen. Ah, hier liegen wir abstanden. Landezone wird mit drauf markiert, wie bei uns. Kommen. So, wer braucht jetzt hier noch, äh, in Versorgung? Kommen. 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 Kommen.